Das scheint der Hauptsitz von denen zu sein. So, und das scheint es gewesen zu sein, war ja nicht sonderlich herausfordernd. Ich schau trotzdem noch, ob ich hier noch irgendwas finden kann. Ne, hier scheint es nichts zu geben. Dann kehren wir mal zum, wie hier ist er, zur Trager. Gab es hier eigentlich irgendwas? Ja, nette Items, aber wir haben glaube ich schon wesentlich bessere Sachen. Wobei, eine Maske des Todes könnten wir für Vokan noch brauchen, damit er auch sein Leben wiederherstellen kann. Oh, lass mal überlegen, was machen wir denn da weg? Na, erstmal Dialog. Wir stehen in eurer Schuld, Krieger. Die Harpien werden uns viele Sommer nicht mehr behelligen. Doch ich fürchte, ohne die Führerschaft unseres Häuptlings wird der Wohlstand unseres Stammes vergehen. Ich würde fast sagen, ich lasse jetzt erstmal die Frostwache da. ist wieder ein bisschen weniger Schaden, aber Lebensstehlen ist immer supergeil. Oh, 3500 kostet der Spaß sich gerade. Gut, dann nehmen wir es doch wieder mit. Nicht, dass nicht wieder, ach, so, ah, ok. Falsche Maustaste verwendet. So, da hinten ging es nicht weiter, da ging es weiter, ja. Okay. Dann schauen wir mal. Wir kommen ein bisschen mehr. Alles nutzen, was man hat. Gut, diese Items sind schon sehr brauchbar. Mir fällt es jetzt gerade so auf, die Killer-Schredder ist eigentlich ein Item, das es in World of Warcraft ja auch noch gibt. Oh, beziehungsweise, ich weiß nicht, ob es es noch gibt, aber ich bin mir eigentlich schon recht sicher. Ja, komm, das ist jetzt da. Ja, ich höre ich mal. Was geht denn? Ja, ich hab ja schon mal, wir sind Drecksluch. Nicht so gut, ich bin vor der Wahl. Nicht so viel, ich bin aber so gut, ey. Hm, die ganzen Mobs hier sind eigentlich gar keine Herausforderung mehr. Die sind eigentlich nur noch EP-Lieferanten, wobei die nicht mehr wirklich viel geben. Die braucht aber auch schon ganz schön viel in diesen oberen Levelbereichen. Ah, da ist der Typ. Schauen wir mal, was der zu sagen hat. Seid gegrüßt, Bruder Windtoten. Man sagte mir, ihr könntet mir helfen, heute den Blathruf Sohn zu finden. Es besteht noch eine Chance, dass der Junge lebt, aber wir müssen das Centaurenlager so schnell wie möglich finden. Verstehe. Davon habe ich geträumt. Na, Gradabash. Das ist das Centaurenlager. Sie könnten Bane in einem dieser Käfige gefangen halten. Aber wir müssen uns den Weg dort hin freikämpfen. Hm, die haben sich uns jetzt alle angeschlossen. Das sind Einheiten, die die Orcs neu gekriegt haben. Das sind quasi die dritten Unterstützungszauberer. Die haben ein paar nette Zauberer, auch wenn ich die bis jetzt noch nicht so viel benutzt habe, weil ich in Frozen Throne glaube ich noch fast nie mit den Orcs gespielt habe. Wichtig ist allerdings, dass sie das hier können. Sie können nämlich tote Tauren wiederbeleben und das ist extrem geil. Ich bin kein Flammenstoß, das gefällt mir gar nicht. Zauberer Wir brauchen noch ein bisschen. Dann gehen wir mal weiter. Oh, das ist noch ein Taurel. Was liegt vor mir? Wir seiden Drexler. Was denken wir? Wir seiden Drexler. Die Typen machen ganz schön viel Schaden eigentlich. Und da liegt noch ein Taurel da unten. Ich kapiere schon mal. Wir seiden Drexler. Ich kapiere schon mal. Ich kapiere schon mal. So, und da war, glaube ich, noch Die können sie ja auch gegenseitig wiederbeleben. Das ist ja das Tolle. Ja, 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 ja. So, da war ein Zimmer schon. Seid unbesorgt, wir bringen euch in Handumdrehen zu eurem Vater zurück. Bane Bloodhoof. Gott, der ist ja nur eine Wild 2. Ich bin eins mit der Erde. Jagd sie aus. Ich glaube, unsere Armee ist ein bisschen zu groß mittlerweile. Und die sind alle wieder da. Ja, dann. Ja, was wird jetzt da? Oh. Ah ja, jetzt weiß ich wieder, warum. Was wird jetzt da umbringen? Eure Anweisung. Eure Befehl. Gehören Sie mal. Hm. War ganz schön knapp gerade. Auch wenn wir ja nicht Game Over gehen, wenn mal irgendjemand stirbt, die werden ja alle wiederbelebt hier. Ich bin zur Spurensuche bereit. Ich folge dem Ruf. Nicht genug Mana. Keinmal mehr. Na, super. Man wird den da hinten mal zuerst. Weil ich glaube, das ist der Typ, der ja die Flammenstöße spammt. Oder vielleicht auch der. Ein bisschen Fesseln da eigentlich was. Ja, wir können den Armschienen. Gehen nimmst du jetzt mal mit. Bevor du gar nichts hast. diese heilwelle ist sowas von praktisch wie viel halten die da hinten eigentlich aus ich glaube ich sollte die da mal raus kommen lassen bevor die mir hier noch weiter einäschern kann man hier noch niemanden lassen naja ein tauschen haben wir noch übrig noch einer ne es ist vorherbestimmt führe mich in der Erde nicht kapiert, Hermann ihr seid ein Dreckser das Ding was sind denn hier, sind da eigentlich was drin? uh, das kommt jetzt gut eigentlich Marokan hat nämlich schon bald nix mehr obwohl er so viel hat insgesamt ist ja nicht die sind die 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 Vielen Dank.